Hallo Leute, willkommen zu meiner 22. Folge Mythen und Legenden. Heute geht es um den Flatwood Monster. Flatwood Monster, auch genannt als Braxton County Monster oder Phantom of Flatwoods, ist ein angebliches Alienwiesen. Das Ding wurde in der Stadt Flatwood, West Virginia, am 12. September 1952 in den Wäldern von drei Kindern gefunden. Das Wesen soll laut den Kindern über drei Meter groß geworden sein. Auf seinem Gesicht waren rote Augen, die seltsam glühten und viel größer waren als bei den Menschen. Der Körper ist grün und hat einen aufgeblasenen Kopf. Das Wesen soll auch einen schwarzen Mantel oder auch Gewand tragen. Es hat auch kurze Arme, aber laut den weiteren Zeugen, die das Ding gesehen haben, sollen die keine Arme haben. Am 12. September 1952 um 7.15 Uhr sahen zwei Brüder, Edward, 13 Jahre, Fred, 12 Jahre und ihr Freund Tommy, 10 Jahre, ein seltsames Objekt am Himmel. Laut den Kindern war es kein Flugzeug. Sie haben ihre Eltern darüber alarmiert. Die Mutter von den beiden Brüdern kam mit zu der Stelle. Dabei war noch ein 17-Jähriger mit seinem Hund. Als sie später die Abschlussstelle erreicht haben, konnten sie ihren Augen nicht glauben. Ein großer Feuerball, laut den Kindern, schwebte dort 15 Meter über ihnen umher. Dann kam ein seltsamer Nebel. Die Augen und Nasen der Kinder begannen zu jucken und teilweise auch zu brennen. Auch bekamen sie auch seltsame Symptome. Der 17-Jähriger, der mit dabei war, sah in dem Nebel zwei seltsame Lichter. Er leuchtete mit seiner Taschenlampe in die Richtung und sah das Ding. Das Wesen erzeugte laute und rauschende Töne. Dann richtete sie ihren Blick auf die Kinder. Sie drehte sich in die Richtung der Kinder und ging auf sie zu. Die Gruppe mitsamt den Kindern rannte panisch weg. Die Mutter und die Kinder haben es alles der Polizei und dem Sheriff erzählt. Der Sheriff begann dann später das Gebiet zu durchsuchen, aber er fand leider nichts. Am nächsten Tag beschloss er, das Gebiet nochmal zu durchsuchen. Es wurde neblig und der Sheriff sah zwei Lichter. Er hielt sie für UFOs. Die Polizei teilte noch mit, dass zu dem Zeitpunkt des Absturzes und der Sichtung der Kreatur von den Kindern das Radio für 45 Minuten ausgefallen ist. Andere Bewohner in der Stadt meldeten auch seltsame Sichtungen der UFOs nach der bekannten Sichtung der Kreatur. Theoretiker behaupten, die Kinder haben diese Kreatur mit einer Eule verwechselt, da die Eule große Augen und einen ähnlichen runden Kopf hat. Aber mal ehrlich, ich bin mir sicher, dass die Kinder in ihrem Alter schon wissen, wie eine Eule aussieht. Und eine Eule kann keine drei Meter groß sein. Was denkt ihr, meine Freunde? Haben die Kinder wirklich eine Kreatur bzw. einen Alien gesehen? Warum konnte der Sheriff nichts finden? Hat das Geheimdienst etwas mit dem Wesen damit zu tun? Oder ist da was anderes? Wenn ihr denkt, dass es wahr ist, also dass die Kinder einen Alien oder so ähnliches gesehen haben, dann schreibt jetzt in die Kommentare Alien. Wenn ihr aber denkt, das ist Fake, also die Kinder konnten überhaupt keinen Alien finden, sie hielten das für einen Schwachsinn, dann schreibt jetzt Fake in die Kommentare. Also meine Meinung ist, ich würde schon so zu 60% sagen, dass die Kinder die Wahrheit sagen. Denn, ich meine, die Theoretiker können nicht sagen, dass das eine Eule ist. Ich meine, Eulen haben keine roten Augen, sie können keinen Nebel, sag ich mal so machen, und sie sind keine drei Meter groß. Das sind die drei Punkte, wo ich sage, nein, die Theoretiker liegen falsch. Was ich aber bestimmt sagen kann, dass es wahrscheinlich irgendetwas mit speziellen Waffen oder irgendwelchen Experimenten zu tun hat. Denn, ich habe auch bemerkt, laut den Berichten, die ich im Internet gelesen habe, dass weitere Sichtungen nicht, also nicht komplett, ja, für wahrgenommen wurden. Es gibt immer noch Zeugen, zum Beispiel, es gab auch drei oder vier Zeugen im Jahr 2013, die haben auch angeblich diese Kreatur gesehen, nur sie konnten sie auch nicht vollkommen beschreiben. Also ich für meinen Teil denke, dass die Kinder die Wahrheit sagen. Ja, das war's mit der 22. Folge Mythen und Legenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir bitte einen Daumen nach oben. Kommentiert gerne auch die Videos. Und falls du meine vorige Folge von Mythen und Legenden nicht angeschaut hast, klick jetzt auf diese Schaltfläche, damit du auch die anderen nicht verpasst. Und einen Abo-Knopf auf Abo-Knopf drücken ist natürlich kostenlos. Es lohnt sich für euch, damit ihr meine weiteren Mythen und Legenden nicht verpasst. In diesem Sinne sage ich Tschüss und schönen Tag noch.